Das sind Apps gewesen, Chris. Der letzte. Note. Alter. Moment. Moment, Moment, Moment. War das gerade im Video? Das war jetzt so ein Sießen von Bram, oder? Ja, ich musste gerade... Das hat das aufgewertet, Gesundheit. Das war ja mal... Das hat das aufgewertet. Nein! Oh mein Gott. Ja, aber jetzt kommt das nicht mehr. Ja, das will ich überprüfen. Ne, hab recht. Note. 250 ist... Ich wurde wieder... Einfach weggesnipert, Mann! Von Hardy? Von Hardy 1989? Nein! Das ist nicht Hardy gewesen. Doch, das ist wirklich Hardy. Weißt du nicht in Berlin Hardy oder so? Ich bin in einem Schuss tot! Ach komm! Ich bin auch in einem Schuss tot! Wenn das Hardy war. Okay, nice. War das wirklich... Das ist Hardy gewesen! Nice! Fick dich! Nice shot! Das war nice shots, Hardy. Pisser! Ne, du... Kacknase! Das war geil! Das war geil! Egal, ne... Erstmal gleich getimeoutet werden! Bei, 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 bei Hardy! Das war jetzt... Hört, hat's jetzt alle 3 erschossen? Ne, ne... Das kann ich sein, alter! Das kann ich sein, alter! Ich suche! Nein! Ich suche! Ich suche! Ich suche! Wo könnte ich? Da ist nichts! Ich wollte jetzt irgendwas cooles machen! Ich habe Kronjuwelen! Was wollt ihr da machen?! Könnt ihr mal bitte... Was ist... Kronjuwelen? Nein, du nicht! Es sind Kronjuwelen! Es sind nur Kronjuwelen! Und ist noch einer! Ja, dann lass den doch machen! Ja, mach jetzt! Ja, das ist ja der Letzte! Dann sag doch was! Genau, ich geh mit! Watt! Sehr gut, danke! Warte, hier! Und zack! Nicht auf mich schießen! Aufmachen! Oh, bam, 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 bam! Seht ihr? Was?! Als ob! Gutes Ableckungsmanöver von Jay! So spielt man anscheinend nicht! Als ob! Oh Gott! Oh Gott! Gib Gas! Und... Ich wollte nämlich gerade sagen! Sepp, du hast... Hier ist doch das andere... Du hast das falsche Schneemobil genommen! Hä? Was? Ich wollte gerade sagen! Ja, hier ist der C4 dran! Warum ist denn der... Sepp, du hast das falsch abgestiegen, um zu gucken, wo der C4 dran ist, und dann wirst du auf das falsche Schneemobil genommen! Ich kann gar nichts sagen! Ja, das nehmen wir mit! Ich bin... Ich weine! Wir laufen die Tränen! Wir können nicht mehr... Was macht der junge Ginger? Ich weine so sehr! Ich weine so sehr! Ich weine so sehr! Was ist los? Ich werd verrückt in dem Spiel heute! Okay, wir müssen den Stream gleich leider abbrechen! Uuuhh! Ich weine nicht durch! Und Jay verlor an! Jay existent! Ich weine so gebrochen! Es sind aber Freundenträder und keine Verzweiflungsträder, obwohl ich 15 habe! Oh shit! 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 Boah! Boah! Luca, ist das gut gemacht! Ohhhh! Fairplay! Ohhhh! So erkennen! Aber man kann ja auch echt cool sich hier verstecken! Wie komm ich denn hier wieder hoch? Da! Jetzt kann ich ja keiner mehr fragen! Wo ich bin! Äh! Wo ich bin! Wo... Wo es denn ist! Leute! Erstmal fragen! Vielleicht siehst du mich ja auch einfach, Jay! Hä? Wie komm ich hier hoch? Ach hier! Wie geht's den Berg hoch? Was ist denn denn? Welchen Berg will er denn hoch? Nein! Ich will den Berg hoch! Ich will zum Spawn! Ich will dich besteigen! Dalu hat uns ein Alibi gegeben! Hast du nicht zugehört! Verstecken! Du bist du ja klassisch! Ja! Du darfst nicht in die Ecke, Sam! Das ist ein Signature-Move! Da bringt er die Leute immer hin! Ernsthaft? Ja! Ich hab's gewusst! Oh mein Gott! Wie räulig ist das denn? Ähm! Da wusste ich, dass du tot bist! Oh Mann! Ich hab ihm so getraut! Weil er war so panisch! Es war so süß! Ähm! Da wusste ich, dass du tot bist! Oh Mann! War das gut! Ach! Wir haben schon lange die Tast fertig! Oh Mann! 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 Guck mal schwimmen! Armin! Ja, das stimmt! Tschöüss! Der ist Jesus, ich verbeuge mich! Äh ich hab das Gefühl hier leckten. Da kommt ein Hai! Da ist ein riesen Hai! Ja Mann! Der sieht dann auch über die Insel! Alter, was geht mit dir? Ich kill ich! Ihr Fotze! Oh shit! UAH! Gleich wird die Maul gespringen. Oh mein Gott! Auf dem Dach! Links davon! Da sind wir schon da! Oh Ich kann mich grad nicht bewegen Oh What the fuck Kann man sich eigentlich mit E und Q lehnen? Wow Nein, nein, nein Warum läufst du einfach ums Haus? Hab ich doch gesagt Ich hab doch gesagt Hier, guck mal hier auf die andere Seite der Tür Hast du noch Bandagen? Das war ja Das war auf jeden Fall Das war wieder Das war Haiku Level Was? Und wer? Ich glaub du, oder? Nee, ich hab verloren Ja! Ja! Nice, Mann! Ich bin euch scheinbar, bitte! Ich hab verloren Ja, ich bin zweifelig Ja, wer war das? Verloren Bei mir stand übrigens Da steht Alter, was? Was? Oder? Der ist gerade wieder in der Atomankete Wo denn? Boom! Schlampe! Fick dich ins Arsch noch! Jawohl! Nice Was ist das? Hat da irgendjemand hinten keine Verteidigung? Da komm ich halt immer Wasser Boom! 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 Bitch! Schlampe! Arschlicker, Junge! Sehr gut! Sehr gut! Sehr gut! Der ist stark, Brom! Das bracht einfach gar nichts Na, komm mal, halt über die Seite Das bracht sehr schön Nein! Oh, Peter, da ist gepasst! Das macht die Feuer! Ich ver- Ich verstehe doch nicht mehr! Ich verstehe doch nicht mehr! Ja, aber ich seh die scheiß Linie nicht! Oh, krass! Wie sind die siebzigen? Mach doch mal die Augen auf! Da war keine Linie! Wie, da war keine Linie? Herr Peter, hast du gesoffen? So weiße Pfeile sind das, so leicht durchsichtig, das kann man ein bisschen übersehen, weil die Wand genauso aussieht, aber... Klick das bitte mal und dann guckt sich Pfeile jetzt den Clip an und seh die weiße Linie bitte! Könnt ihr das mal clippen, damit ich mir die Linie angucken kann? Die drei Bäume, Junge! Hier hasse ich dich! Oh Gott, ihr kriegt Damage? Was ist hier? Ich hab Schaden gekriegt! Ich krieg auch grad Hard-Damage! Wir sind alle zusammen ineinander gespornet, das Flugzeug ist explodiert! Guck dir! Ich steh neben euch! Ich bin nicht tot! Ich bin nicht tot! Ja? Cool, da sind einige gestorben, das finde ich gut! Das war die Katzen! Weißt du so, als die Katzen explodiert sind, das sind gerade alle in einem Flugzeug gespornet! Alter, Junge, mach mal das Sinn! Ich lebe! Okay, nochmal Hack vom Flugzeug! Chill, chill, schreiende Menschen! Ja, der guckt mir nur beim Essen zu, der ist ein bisschen neidisch! Also hier vorne... Alter, du musst ja auffassen, Junge! Nein! Ich bin tot! Nein! 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 Oh Leute! Da komm ich doch nie dran! Das ist alles weg! Das ist in der... 3 Euro für die Fussel... Oh Gott! Jetzt werden wir schon steigert! Also vor allen Dingen... Also ich weiß nicht von wem das Haar ist... Die Fussel sind teilweise... Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Ich stehe dich auf! Ne, Johanna kann nicht... Gesundheit! Kein Problem nicht! Vielleicht klappt es ja wieder nicht! Dann wissen wir auf jeden Fall... Dann was Sven rausschmeißen! Das liegt wahrscheinlich an ihm! Vielleicht liegt es doch einfach an der Lobby! Ne, das ist immer an mir! Vielleicht liegt es einfach an der Lobby! Oh! Oh Gott! Oh Gott! Wow Bram ey! Also bei mir lädt es gerade! Ja, das ist toll und wild gemacht! Was steht da? Da stand... Das sind 0,5er... Ne, stimmt! 0,5er sind nur 20er... Gucken wir kurz nach! Kommen wir hier nicht mit Bier-Shit! Gucken wir kurz nach! Ja! Der Wut war Alpha! Der Wut war Alpha! Der Wut war Alpha! Das stimmt! Sind 6 plus mal 4? 6 mal 4? 24 Flaschen! So viel zu Bier-Shit! Ah, schade! Das ist okay! Das keine ist das Essen! Ich glaube du hast... Oh mein Gott! Chris! Ja, ich renne! Oh mein Gott! Sie krabbelt! Sie krabbelt! Ah! Ah! Scheiße! Oh fuck! Ist doch alles gut? Oh! Oder auch nicht! Das ist das tiefste, was dieser Flucht zu bieten hat? Oh what?! Komm Baby! Komm raus! Ich komm aus Olden! Nein! Warte! Warte! Zuhu! Nein! Ich komm nicht! Warte! Warte! Was ist das denn? Jetzt hier! Ich verstehe ihn einfach nicht mehr! Alter Junge! Okay wir sind gleich durch! Das Video dauert nur noch 1 Minute etwa! Also what the fuck! Ist alles schlimm! Mein Feuermelder ist gerade angegangen! Ich komm sofort wieder! Jawohl! Mein Highlight dieses Abends! Ich meine für Seth bis der das wieder angemacht hat oder? Ja ja! Vielleicht nicht so blöd! Oh ja! Oh so! Okay dann mache ich auch mal eine kurze Pause! Ja! Geh mal für kleine Grafen! Ja! Ich sehe schon ihr habt alles im Griff! So haben die äh... Die unverschämten Chatter hier! J! J! Der geile Monk! Alter! 18 geht mit dafür! Oh! J! 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 Alter! Wir gehen nach J! 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 Untertitelung des ZDF, 2020